ARD Text im Auftrag von Funk Haben wir noch ne Katze? Ja, wir haben noch ne Katze. Mufasa! Oder will... Warte mal. Warte mal, jetzt will ich mal kurz was nachgucken. Du hast 700 live. Du hast... Ich glaub, ich hab mal Lust, wenn ich ihn denn hier rauskriege, wenn ich ihn denn hier rauskriege, wenn ich denn hier nicht selber festpacken würde. Scheiße! In meinem Keller liegt ne Leiche. Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Scheiße! Überall ist Blut, doch ich hab das nicht getan. Mann! Ist hier los? Hat da jemand einen Plan? Ich komm hier nicht weg. Joku, hilf mir! Wo bist du? Hier hinten in den Tinos! Ich schwebe! Ja, er kommt da nicht weg! Wegen diesem scheiß Flugsaurier hier. Pfeif die mal weg. Also, bewegt die mal ein bisschen. Warte, ne, ich pfeif lieber nicht. Ich werd den einfach nur... Du den einen Flugsaurier mal. Nein, der hat keinen Sattel. Ja, aber ich werd ihnen einfach nur sagen, dass der mir folgt. Achso, ja, das ist in Ordnung. Ich schwebe! I believe again... Komm hin. Wuh! Okay. We flying high... Wuh! We flying higher to the sky... Wuh! 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 Das ist super... Yes! Wuh! Lila airdrop! Oh, hier ist noch ein Landerbogen, bin ich auch mit. Ich nehm aber beide mit. Das gibt einen anderen Schrank. Armwurst, Handschuhe... Mammutsattel, grün, nimm für mich. Keine Ahnung, wo der hängt. Wuh! 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 T-Rex. Gott! Raus! Das ist der Kampf aus Jurassic Park, Alter. Wir haben noch keine Biber gesehen, ey. Jep. Ja, was meintest du dann? Sprich... Kind. Sprich Wort und tritt ein. Sprich... Freund und tritt ein. Sprich... Freund und tritt ein. Mein, wie das ist jetzt peinlich. Hoi! 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 Mitten so am League-Spiel gewesen. Da werde ich durchs Team auf einmal ausgetappt. Und denk so, alter, what the fuck. Oh, heh heh. Nice. Hier deine... Deine Freundin, ne? Hier deine männlichen. You're the secret lover here. Ja, ja. Hier irgendwelche... Digitalen Gefälligkeiten und so. Oh, I got some candy for you. Ja. Bin so, I don't want a candy. I got free wifi. Bitch. Netflix and chill, alter. Vielleicht kriegen wir ja von Gazeifers beschenken. Ja, genau. Wir machen giveaway. Gazeifers schenkt ein paar Spiele. Die sie extra für uns holt. Besorgt. 68. Dreimal Prime Meat. Läuft. Ich kann mir vorstellen, warum du immer von den Games bekommst. Soll ich dir erklären. Ganz einfach. Erklärst du hier, erklärst du den Stream. Leute. Ganz einfaches Prinzip. Warum kriegen Frauen von Männern Spiele geschenkt? Juku. Du hast doch sicherlich eine Lösung, oder? Schatten! Na! Wisst ihr Bescheid. Das ist ein ganz simples Prinzip eigentlich. Da müsst ihr euch gar nichts anstrengen, das rauszufinden. Wann kann ich nicht irgendwie so einen schwulen Gamer finden, der mir auch Spiele kann? Der ist... Ich hab mir jetzt einfach mal 100 Gewehrmunition mitgenommen. Ein Bergbauhelm. Mit 120 Rüstung. Äh... 102 Zement hab ich mir gesnackt. Ich weiß, wie viele 102 Zement haben sind. Oh. Ich vergaß. Ich bin vergaß. Wen denn? Ah. 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 Okay, das Ding geht automatisch auf. Ich kann mich jedes Mal schrocken, ey. Ey, na? Na? Triffst du mich? Nu. Ah! Papa. Was ist das? Nop. Nop. Nicht einmal getroffen. Nop. So haben wir dir das nicht beigebracht. Nop. So haben wir dir das nicht beigebracht. Oh. Auf mir die Panty zu schießen. Ha. Stahltüren. 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 Er wird krass. Wir greifen mal an. Oh, lol. Oh, lol. Aua. Ah. Ah. Schaden. Oh, lol. Oh, lol. Aua. Ah. Schaden. Ah. Du motherfucker! Ich hab dich noch gesagt. Ich hab dich voll erschrocken! Oh, mach's auf Zug, ey. Es war auch so lack, ne? Ich hab... Ich... Ja. Oh, shit, der der ist fertig. Oh, shit, der ist der fertig. Erstmal angucken. Was ist das? Oh no. Oh no. Oh no. Okay. What the fuck? Was? 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 Hast du ihn gemacht hier oder was? Ich bin doch gerade erst daher gekommen. Was willst du denn? Was ist das? Oh, dein Ernst, Digga. Du hast mir gerade 70 Schaden reingehauen. Danke. Ich habe nur begonnen. Was ist da, du? Oh shit. Savage! Lol, ich dachte, das wärst du mit diesem Ding, was du aufgehoben hast. Stop. Stop. Warum? Alarm! Alarm! Nee, komm, geh weg, Alter. Du hast gelben Schlöber an, ey. Boah! Es ist naturfärmend. Oh mein Gott. Naturgelassen. Namy 2002 NamyOU Ring egio. Voment! Nanamyō Ring egio. Brems mal kurz. Nanamyō Ring egio. Nanamyō Ring egio. 难abyō Ring egio. Ich glaube es nicht. Ich habe schon wieder ein Spiel gekriegt. Genau. Kennst du den Film mit dem, mit, mit, äh, den Geist? Wo, wo sie, wo sie tappern zusammen? Ghostbusters? Nein. Was? Legendärer Film aus den 80ern. Ich ja. Nein. Aus den 80ern. Viel zu alt. Hoho, you found me! Wo du gerade rausgeschossen kamst, dass ich war der Typ. Wo ist der Typ? Äh, Flo? Das war jetzt gerade nicht schlecht. Na, 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 na. Go around the world just now, na, na, na. Oh, das ist das Fakt, Digga. I'm a ninja. WÄ? Oh, is that a digga. Even you should have seen that coming, but you didn't. Ninja! Das war echt gut, ey. No escape! Hello! I love you! I love you!